Lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen wir mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Da, bing. Sehr gut. Weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren.